Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Wir sind am Reschen und fahren Schöneben-Trail mit der Schöneben-Legende Julian Claudi. Moin. So, also wenn der keine Lines hier kennt, dann weiß ich auch nicht. Obwohl das Schöneben ein bisschen umgebaut ist, wir gucken mal, wie uns das taucht. Da bin ich nur scheiße. Das kannst du reinsteigen. Mal gucken, was es gibt. Mal gucken, ob wir einen einigermaßen gescheiten Run für euch hier hinkriegen. Wir sind komplett ausgestattet bis ans Limit mit Kameras. Also wir haben hier Perspektivenwechsel und alles. Jeder hat einen. Von daher, es muss einfach gut werden. Wir fahren Schöneben-Trail in der neuen Version umgebaut. Viel Spaß. Let's go. Aua. Junge. So, die Legende vor mir. Julian Claudi. Auf dem Schöneben-Trail und direkt ist er weg. Komm ich direkt nicht hinterher. Perfekt. Wer kennt die Lines? Wer, wenn nicht er? Man sieht einfach nichts mit dem ganzen Licht und Schatten hier. Schöneben-Text. Man sieht nichts mit dem Schöneben. Ja tut mir. Wenn ich das auf der Show zum Lines. Ich schief das. Was ist es? Ich schief das in den letzten Jahren. Ich schauze das. Ich schief das. Deswegen bin ich imnovation. Einmal an der Räulein. Alter! 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 Ah, heiland! Ah, voll Scheid gegen den Schuh! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja! Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah Alter Herr Claudi, was sagen Sie zu diesem Rand? Staub. Hass. Grün. Untertitelung des ZDF, 2020